Herzlich Willkommen im Autohaus Schulz. Unser Unternehmen ist ein Familienbetrieb und uns gibt es seit 27 Jahren hier am Standort Nordheim. Wir freuen uns sehr, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Die Mitarbeiter des Autohauses Schulz in Nordheim legen noch Wert auf den persönlichen Kontakt zum Kunden. Angefangen bei der Kaufberatung im großen Showroom für Neuwagen der Marken Mazda und Ford, bis hin zur Betreuung beim Reparaturservice in der eigenen Fachwerkstatt. Kompetente Dienstleistungen verspricht das Werkstattteam des Autohauses Schulz. Modern ausgestattet und spezialisiert auf Mazda und Ford, aber auch alle anderen gängigen Fahrzeuge. Zudem sorgt sich das Unternehmen um den eigenen Nachwuchs und bildet erfolgreich aus. Bei uns ist Ihr Auto in den besten Händen. Das Handwerk ist Zukunft und bietet Perspektive.